Willkommen zu meinem neuen EasyStrocks-Welt-Video und ja, heute wieder mit, wie ihr seht, der Elin. Und ja, was spielen wir denn heute, Elin? Und das ist immer Hotel-Trip-Spiel. Und ja, ich will einfach sagen, wir fangen an. Let's go! Wir sind so im Bus drinnen. Elin, wo sitzt du? Ah, du sitzt genau neben mir. Also halt hinten. Okay, Leute, ich habe das Spiel, glaube ich, schon mal gespielt. Ja, ja, ja. Mit ihm? Ja, ich glaube auch. Das haben wir auch mal gespielt. Aber wir haben es noch nie geschafft. Deswegen hoffe ich mal, das wirst du heute schaffen. Oder, Elin? Was glaubst du? Ja. Ich bin ziemlich aufgeregt. Wir kennen ihn schon. Ein bisschen alt ist er geworden, oder, Elin? Ja. So ein bisschen. Nein, der hat vorher auch so gleich ausgesehen. Okay, pass. Aber Elin, bitte lese. Bitte lese, Elin. Ich kann nicht Englisch. Du weißt es. Okay, ähm, all right. This, finally, don't check in. Let's get someone sleep. Oder? Nein, 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 nein. Elin, ähm, ich mein, ähm, dass du es lisch im Kopf. You know what I mean? Weil dann kann ich was erzählen dabei. Ich bin nicht drin. Oh mein Gott, schockt das ja. Ähm, und ja, Leute, jetzt kommen wieder mehr Videos, weil es ist Lockdown. Wir dürfen uns nicht sehen. Und nichts dürfen wir machen. Und, ja, deswegen kommen ein bisschen mehr Videos. Gestern ist ein Video gekommen mit Livia. Und heute mit Elin. Und ja. Okay. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ähm, ich sitze nicht, Elin. Ich kann mich nicht bewegen. Ich sitze nicht. Ah, jetzt. Oh, doch, das haben wir... Das haben wir gespielt. Wart, wart, Elin. Ich nehme das da mit dem Lichtschalter. Wo ist das? Irgendwas ist da mit dem Lichtschalter, Elin. Hi. Hm. Ähm, ja, Elin. Jetzt schauen wir mal alle Zimmer durch und suche einen Lichtschalter. Oder so Strom. Nein, da ist es nicht. Da. Auch nicht. Jemand ist dann eingesperrt im Zimmer, Leute. Und da müsste man einen Lichtschalter finden. Na, ich glaube, ich werde es... Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht, Elin. Ah, da waren wir schon. Ich glaube, die letzte Tür ist es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die letzte... Oder warte, war das ein anderes Zimmer, Elin? Wir müssen zusammenhalten. John. Okay. Oh mein Gott, Leute. Ich habe ziemliche Angst. Ich weiß nicht, wie der... das Hotelpark... oder der Hotelpark-Trip dauert. Deswegen... Weiß ich nicht. Deswegen mache ich da mal einen Stopp. Und wir sehen uns gleich wieder. Oh mein Gott, Leute. Jetzt ist es ziemlich wichtig, weil wir sehen nichts. Und jetzt müssen wir den Schalter finden. Oh mein Gott, Elin. Ich glaube, wir sterben jetzt schon. Ich glaube, das wird es wieder beendet. Gleich in 10 Minuten. Ich suche auch deinen... Ich suche auch deinen... Ach, ja, ja, ja. Ich find you, ich find you, ich find you. Okay. Wo ist der Lichtschalter? Ach, du heilige Makarele. Du bist ja wunderschön. Ich tue dir nichts. Das ist alles okay. Ich tue dir nichts. Wieso läufst du genau hinter mir her? Elin, komm. Hör schnell. Elin. Wart, ich geh da, ich geh da, ich geh da. Man kann da durch. Ich hab keine Robux. Nein. Ich bin wieder zurück in der Lobby. Nein, Leute, ich hab eine Idee. Ich glaube, wir spielen das Spiel nicht, weil es ist viel zu schwer. Ich kann mich noch erinnern, wo wir es nicht geschafft haben. Und ja, deswegen... Oh no, Leute. Ich bin gefangen und die Elin muss besuchen. Wir sind die einzigen im Spiel, oder? Nein. Gott sei Dank nicht. Als ob die Elin wir einfach gefunden hat. Danke, du bist Ehrenfrau. 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 Wir müssen so einen Lichtschalter finden. You know what I mean? Okay, Leute, wir suchen jetzt einen Lichtschalter. Ich hoffe, dass da hier der Killer... Killer... Oder was war... Elin? Bist du gestorben? Ja, jetzt geht's los, Logis. Auf nimmerwiedersehen und wir sterben jetzt schon wieder. Oder Elin steht schon wieder. Oder ich stehe. Ich haus das Geräusch, Elin. Es macht mich an. Ah, ich seh die. Elin, wo bist du? Ah da. Hi. Okay, komm. Ich schwör, wenn der jetzt da ist, dann... 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 Dann hab ich keine Lust mehr. Dann hör auf mit YouTube. Macht Spaß. Wenn der jetzt da irgendwo ins... Oh mein Gott. Das ist unheimlich. Das ist cringe. Okay, komm Elin, komm Elin. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Bye.